Hey und willkommen meine Freunde zu einem neuen Video, in dem ich euch heute einfach mal zeigen möchte, wie ihr einen Ping-Test durchführen könnt. Und das Ganze machen wir nach dem Intro. So einen Ping-Test durchzuführen ist eigentlich recht einfach. Und zwar brauchen wir einfach nur unsere Konsole. Und zwar gehen wir hier auf Start, CMD und dann drücken wir Enter. Dann haben wir jetzt hier unsere Kommandozeile und hier gehen wir dann einfach einpingen. Zum Beispiel jetzt, wir möchten einfach mal Google anpingen. Google.de Und dann wird Google jetzt angepingt. Es werden vier Datenpakete geschickt und da auf eine Reaktion gewartet. Dann sehen wir hier, es wurden vier gesendet, vier empfangen wieder. Also ist kein Verlust dabei aufgetreten. Und hier sehen wir dann der schnellste Ping. Also schnellste Reaktion war 32 Millisekunden, Maximum 35 Millisekunden und der Mittelwert ist halt 33 Millisekunden. Und ja, ihr könnt das nicht nur mit Google machen, sondern auch mit jeder anderen IP-Adresse, die ihr habt. Oder pingen Facebook.de. Oder ihr gebt da einfach irgendeine IP-Adresse von eurem Server ein oder sowas. Also da ist es dann einfach egal. Und ja, so einfach ist es, einen Ping-Test unter Windows durchzuführen, um zum Beispiel irgendeine Erreichbarkeit von einem Server zu checken. Oder einfach mal um zu wissen, wie euer Ping ist. Und ja, das war es auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne positive Bewertungen da. Und ihr seid dann jetzt hier auf meiner Endcard. Hier links findet ihr mal die letzte Folge, was ist. Und zwar habe ich da erklärt, was überhaupt der Ping ist, wie es funktioniert und so weiter. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr Lust habt und Interesse dran habt. Hier rechts kommt ihr mal zu irgendeiner Playlist, die ich da mal reinpacke. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Vielleicht ist da irgendein Video vorbei, was euch gefällt. Hier unten könnt ihr mich jetzt noch gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, wir hören uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Video.